Moin Meister, was geht ab? Ich bin Julian und ich spiel mit Niki zusammen. Sag mal hallo. Ja und abonniert mich weiter auf TikTok und Instagram. Abonniert mich und lasst ein Like da. So, was spielen wir jetzt? Wir können jetzt bisschen 1v1s erst mal machen. Ja. 1v1s, ne? Bei Spielen. Okay, jetzt geht's los. Piep, 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 piep. Ich zeig euch mal den Shop. Hier, das ist der ganze Shop. Galaxy habe ich mir alles voll gekauft. Ich nehme jetzt wieder Galaxy Piggy, weil die einfach nur krass ist, finde ich. So, hier Galaxy Piggy, alles vom Galaxy nehmen. Bis auf das Backpack, das ist scheiße. Der hier, Neu-Peace-Plus-Tanz. Könnt ihr euch gerne gönnen. So. Wir haben sogar einen Clan. Wenn ihr reinkommen wollt, schreibt euch den Epic-Namen in die Kommentare. Ich guck da mal durch und dann ändern wir die euch. Dann müsst ihr ein paar 1v1s gegen mich machen und gegen meinen Freund. Der Beste auf dem Clan bin bis jetzt ich. Der, ähm, Paul hat jetzt den, ähm, einen Clan geläftet und kommt jetzt in unserem Clan. Nice. Das ist keine Ahnung, wie viele Clan-Mitglieder wir sind. Ich glaube 10 oder 10 bis 20 Clan-Mitglieder sind wir schon, ne? Nils, Lukas, oder? Ne, warte mal. Nils, Lukas, Finn. Ich, du, äh, Lauren. Lauren, Julius. Keine Ahnung, egal. Also ihr könnt uns gerne ändern. Wir nehmen eure FAs gerne an. Die muss ich hier noch schnell. Ich hab eigentlich so viele FAs, ich will die alle nicht annehmen. Ja, das haben wir alle nicht anzuschreiben wegen YouTube oder so. Ja, und nachher zocken wir durch und... Ey, die, ich will die jetzt nicht alle ablehnen. Das geht mir alles zu schnell. Ich will einfach auch einstellen, alle Freundschaftsfragen abnehmen. Warte, wie ging das nun mal? Na, ich weiß. Ah, jetzt halt. Oh, geil, Alter. Oh, es ist geil mit Notfreundschaftsanfragen, ne? Und wir spielen mit euch, ähm, äh, Ding, äh, Heidenseek. Machen, machen halt irgendwas. Und ich geh nachher vielleicht auf YouTubens Live. Aber bei... Ey, lass uns bitte noch ein bisschen einbauen. Lass uns bitte noch bauen. Ich bin toll bei meinem Sinne. Also da merkt man, mein Ping ist halt immer hoch, wenn man bei ihm geht. Nullabfing wegen meinem Game. Besser... Bei meinem Game besser ist es als dein Game. So, 195er Held. 115, ne? Äh, äh... Zu wild! Zu wild, Alter. Und danach... Nach dem One-on-One-Spielen vielleicht noch ein bisschen Teams auffüllen. Gucken, ob welche Deutsche finden, ne? Mal machen so, als ob wir No-Skins wären. Und guck, ob da Ehrenmänner geben oder so. Oder wir spielen die Squad, und wir verletzen alle weg. Ey, das ist sowas von kaputt. Ich bin auch grad Null eingespielt, egal. Ich war voll kurz online, hab Arena gezockt, aber mehr auch nicht. Nein, ich war roter gefallen. Er hat irgendwo entdeckt. Ey, natürlich muss er in dem Moment... Ja, er ist nur ne Glitsche, Alter. Er hat sich grad überall durchgeglitzt. Ich hab noch nicht den Glitsch, aber... Also, wenn ihr euren Namen ändern könnt... oder... und wollt... Dann könnt ihr euch gerne LPX nennen. Vielleicht... äh... LPX... ähm... Eppel-Joghurt. Was? Also, ich ändere meinen Namen vielleicht auch noch anders. Ich ändere... ich heiß da nicht mehr LPX. LPX-Orangen-Kart, aber das habt ihr heute so gefeiert. Also, ich... Änder dann vielleicht meinen Namen woanders. Ich weiß es noch nicht, ob ich LPX Julien heißen soll oder noch nicht. Keine Ahnung. Änder dich mal über Epic Games, dann muss man dich nicht über... Äh, ja... Nein, ich muss über Playstation, aber das kostet eh nur 5 Euro. Bei mir jetzt. Ja, aber Epic Games ist gratis, und dann musst du dich nicht über... Ja, und wie geht das dann? Ja, warte, dann mach ich gleich. Dann musst du dich nicht mehr über Müller-Knüller ändern. Änder kannst du so... Ich LPX und Fisch Julien nennen und dann... Nein, halt... meine Online-ID geht das da auch, gell, ja. Nein, ich muss Fortnite ändern seinen Namen, weil dann... Du bist nicht mehr über Epic Games. Aber die Online-ID will ich ändern, du Fisch. Du darfst du ein Fortnite anders rein. Ja. Ja, aber darfst man dich nicht mit... in Fortnite mit Müller-Knüller ändern los? Hä, sieht man nicht. Das ist nur über Playstation bei mir. Aber wenn du einen Kumpel hast, der dich ändern will, heißt du Müller-Knüller. Nein, anders. Du musst dich in Fortnite ändern. Doch. Ich habe vielleicht... Ich schreibe... Ach, ja. Ich ändere wahrscheinlich eh gleich meine Online-ID. Für 10 auf 5 Euro nur, all das, damit will ich... Ich habe nicht mehr so Lust auf LPX. Also ich bin schon LPX kleiner, aber ich ändere meinen Namen nicht. Ich ändere den irgendwie um. Ich bin ja eben die Key, dass mein... äh... Ding-Namen... X-Pops-Namen... Und überfordern es halt mit LPX. Du meinst! Du meinst! Du... Ich hab keinen Druck auf dieses Game. Aber er gibt mir instant erstmal einen Headshot. Ja, einfach besser, du Klitscher! Ja, du warst in deiner... äh, in deiner Trap... in deiner Treppe hier gebuckt. Ey, jetzt fliegt er da 5 Meter hoch. Und jetzt kommt er runter. Ey... Ja, das nervt da, Alter. Mit Nick... mit Nicky zu spielen, Alter, ist echt ätzend. Okay... Hm... Also ich werde halt noch... äh, vielleicht morgen noch ein YouTube-Video hochladen, in dem ich Solo-Versus-Du spiele oder sowas. Kommt drauf an, ob ich Bock hab. Mein Game ist trotzdem so verpackt. Trotzdem... Wagen... Äh... Trotzdem... Wagen... 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 Boah, Digga, diese... Okay, mein Aim ist übelst gut, Digga. Also ich wäre eingespielt. Ja, ich nicht. Ich mach auch dann mal andere Gameplays. Muss mal gucken, was... Ich weiß, ich mein PC hab. Zum Verklärung. Ja, was war das nur für ein niedriger Hit? Ja, ich war in der Luft und der schießt auf den Boden. Das hab ich sogar... Das hab ich... Das hab ich drauf, Digga. Nee... Hab ich ja schon wieder keinen Bock mehr. Ja, ich hab auch alles drauf, wie du im Hacken bist. Ja, ich hack nicht, Alter. Ich glitch nur. Du glitch. Was für Wallhack? Was für Wallhack? Meistens schieß ich echt nicht die Wände. Digga, ich glitch. Digga. Also ich... Ich spiel jetzt noch keine Ahnung wie lange und dann... Gar nicht. Ich beende das YouTube-Video. Und dann nochmal. Wenn diesen Kanal kommt ganz Europa weg und dann ja. Also ich beende dann ab... 10 Kill... 1 Killball noch und dann beende ich das Video. Und dann mach ich später nochmal eins. Wenn wie du spielen... Also wir müssen noch ein bisschen einspielen und dann... Mach doch mal für den Tag. Mach doch nochmal eins. Also... Haut rein. Wir sehen uns dann später vielleicht nochmal. Tschau.